Wie ein Paar für eine Kathedrale hier von Parvy auf Forte abträgt, den hält eine Engelsfigur an der Grab. Guckt, wie blinkig ist das, so viele Leute, und hier ist ein Tier aufgestoß. Und hier geht es in einen sakralen Raum ran. Am Buch Gönnesis steht ein Zugang zum Paradies, wie nur im Sündenfall von Engeln von Cherubin bewährt. Die Engel und die Diergriffe sind ganz gerne ran. Es kostet allerdings die Klänge vor, für Timmelspärten, pardon, Kathedralspärten, abzudrücken. Sie sind aus Bronze, ein schwerer Belurte mit Szenen aus der Heelsgeschichte, einerseits links im Ahnentestament mit Moses, auch jetzt im Neu-Testament mit Jesus Christus.